Wenn man sich die Gesamtkosten von Vanillegipfeln anschaut, also auch Zutaten, die man einkauft, dann macht eigentlich der Energiepreis fürs Backen nur einen geringen Anteil aus. Und insofern rentiert es sich immer, die Vanillegipfeln oder die Weihnachtskekse generell selber zu backen und nicht zu kaufen. Es ist immer günstiger noch selbst zu backen.